Im baden-württembergischen Rot am See sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Rot am See liegt etwa 100 Kilometer nordöstlich von Stuttgart in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Rothenburg-ob-der-Tauber.